Hallo und willkommen zu einem weiteren EIN-FUCKING-CASE-OPENING Wir öffnen jetzt die fucking Truhe, nachdem wir den Schlüssel hergestellt haben Übrigens, Creepy ist dabei Wie ihr es gehabt habt Und ist es? Trommelböbel bitte, nur kein Bock Vandalen Jacks Wer geht noch? Nein, nein Jetzt hab ich ihn doppelt Achso Und zwar einmal als permanenter Skin Achso Und einmal so Warum? Warum habe ich ihn jetzt nochmal? Warum? Weil ich es kann Jetzt hast du gebehinderte Scheiße So und jetzt laug ich mich auf meine Kumpel Okay Oh, ich hab James durchgemacht